Wir haben Kristina und Yves-Genie aus Deutschland. Ist es deinem ersten Mal im Weltkampionsschirm? Ja, das ist deinem ersten Mal im Weltkampionsschirm. Und was hat dich stimuliert, diese Disziplin zu versuchen? Ja, es ist unglaublich. Es ist eine andere Disziplin als ein normaler Latein-Danz. Aber wir lieben es. Es war unglaublich. Und was ist der Name und der Message von deinem Show, das wir morgen sehen? Es heißt »Notre Dame de Paris«. Es ist von der Musik »Notre Dame de Paris«. Es ist über Esmeralda und zwei Charakteren. Der Ringbeller und der Priester. Ja, von der Kirche. Wir wünschen dir Glück für morgen und vielen Dank für die Interview. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.